Ich bringe dir bei, wie du dich in eine Fledermaus verwandelst. So wie ich. Siehst du? Cool! Ja, cool, hab ich ja gesagt. Jetzt versuchst du es. Ich bin eine Fledermaus. Ich bin eine Fledermaus. Denisovic, durchatmen. Spür die Fledermaus. Doch kein Hühnchen. Was ist das? Ist das ein Breakdance? Wenn ich dir zeige, dass ich ein paar Moves drauf habe, fliegst du dann? Aha. Was? Warum tanzt ihr zwei denn?